Hallo und herzlich willkommen zur niegelnagelneuesten Ausgabe des Tele-Stammtischs. Und Leute, ihr habt es mitbekommen, die letzten Tage waren für viele Menschen politisch, sozial, als auch menschlich durchaus eine Herausforderung. Es ist eine Menge passiert und auch die deutschsprachige Comic-Landschaft hat einiges mitgemacht. Nicht nur, dass wir natürlich international in den Staaten den Ausgang der Wahl gesehen haben. Wir haben außerdem auch die Tage gesehen, wie die deutsche Ampel-Koalition auseinandergebrochen ist. Eine Koalition, die sich in den Koalitionsvertrag immerhin die Förderung des Comics reingeschrieben hatte, also unter anderem. Und wir haben auch mitbekommen, wie wirklich auffällig viele Vertreter in der deutschsprachigen Comic-Szene einen offenen Brief formuliert haben. Einen offenen Brief an die Mitglieder des Bundestages und auch die Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Denn es steht zu befürchten, dass die Förderung, die finanzielle, die staatliche Bundesförderung, die der Comic erhalten soll, dass sie stark reduziert wird. Denn es steht im Raum, dass angeblich bis zu 50 Prozent des Bundeskulturfonds gestrichen werden sollen, um einen neuen Haushalt für die Bundesrepublik zu formen. Das war ja auch, also nicht konkret dieses Thema, aber generell der Haushalt wohl auch der zentrale Punkt bei der Frage, warum sich die Ampel-Koalition jetzt die Tage in der aktuellen oder letzt-zuletzt bekannten Form auch aufgelöst hat. Und da ist also viel Bewegung drin. Jetzt haben wir diesen offenen Brief, den ihr unter anderem nachlesen könnt, auf Comic-Gewerkschaft.org slash Petitionen, wo ganz viele Dinge drinstehen. Und mir war es ein persönliches Anliegen, hier auf einzelne Aspekte einzugehen, weshalb ich mich an das Team, es ist ein Team aus mehreren Menschen gewandt habe, das diesen offenen Brief erstellt, organisiert hat und letztlich auch unter das deutschsprachige Comic-Volk gestreut hat. Und es ist mir deshalb eine außerordentliche Freude, heute jemanden zu begrüßen, der Teil dieses Teams war. Sie kenne ich schon ein paar Jahre. Sie ist natürlich Comicschaffende, heraussagende Comicschaffende, hat ganz viele tolle Werke gemacht, ist eng verbandelt auch mit der deutschsprachigen Comic-Szene, kennt gefühlt irgendwie alle. Man sieht sie ständig auf Veranstaltungen. Sie hat viel zu erzählen und ist deswegen genau die richtige, auch für die heutige Runde. Hallo und herzlich willkommen, Olivia Wiebeck. Hallo. Ja, ich hoffe, dass ich die richtige für das Gespräch bin. Das finden wir überhaupt nicht noch raus. Ja, denn wenn man diesen Brief liest, dann gibt es irgendwo diesen Bereich, wo man sich auch Pressebilder raussaugen kann und wo man dann auch sieht, was da für Quellen zugrunde liegen und so. Und da taucht dann eben auch diese eine E-Mail-Adresse auf, wo man Rückfragen stellen kann. Dann ist da außerdem aber auch ein Team genannt an verschiedenen Personen, die beteiligt waren. Und ich glaube, bevor wir hier über irgendwelche Inhalte sprechen, würde ich gern von dir so ein bisschen auch die Entstehungsgeschichte des offenen Briefs gern mal hören. Wie kam es eigentlich zum offenen Brief? Was hat euch bewegt? Also ich glaube, der Ursprung war, dass wir einfach alle untereinander schon in Kontakt stehen. Also wir haben eine interne Instagram-Gruppe, da sind viele Comic-Zeichnerinnen drin. Und da wird immer mal, wenn es irgendwelche Probleme gibt oder man muss ein Angebot schreiben oder es kommt eine Anfrage rein für eine Comic-Ausstellung, dass man sich einfach ein bisschen austauscht, weil Vernetzung ist tatsächlich oft ein Problem in der Szene. Also wir haben ja nicht immer die Strukturen, wie sie andere Gewerke oder Berufe haben. Und deswegen ist so ein Unterstützungsnetzwerk ganz gut. Und irgendwie kamen wir dann, ich weiß gar nicht mehr genau, was der Auslöser war darauf, dass wir alle ganz schön auf dem Zahnfleisch gehen. Und dass dann jeder so ein bisschen eine Geschichte zu erzählen hatte, dass es einfach gerade super schwierig ist. Und dass selbst Leute, von denen man immer glaubt, die sind wahnsinnig erfolgreich und haben ein total gutes Standing, dass von fast allen so das Feedback kommt, dass so eine gewisse Erschöpfung um sich greift. Und dass es halt vor allen Dingen im Comic-Bereich auch immer schwieriger wird, Bücher zu verkaufen. Vor allen Dingen, sobald die so ein bisschen, sagen wir mal, über 20 Euro liegen. Also der Manga-Sektor hat da noch nicht so vielleicht das Problem. Aber so die klassischen Graphic-Novels, die fangen natürlich so bei 20 Euro oft erst an. Und der ganze Buchmarkt und die Kaufkraft. Und das sind natürlich alles Sachen, die bei uns auch mit reinspielen. Und eben, was dann zum Thema des Briefs geführt hat, dass viele kulturelle Institutionen, viele Medien, wie auch immer, Formen Förderung erhalten. Weil sie einfach als förderwürdig gesehen werden. Und der Comic ist ja bisher Zeit immer noch sehr schwach aufgestellt. Und das war dann der Anlass, dass sie gesagt haben, wollen wir nicht mal überlegen, das zu formulieren und einfach auch mal nach außen zu gehen. Und wir haben eben ganz wenig Ressourcen, so politische Arbeit zu machen. Wir stecken alle knietief in der Arbeit und in tausend Jobs und in Familienarbeit und so. Und das war jetzt der Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, wir versuchen das jetzt. Das heißt, ihr seid generell an dem Thema Comic-Förderung auch dran. Das ist ja auch die große Überschrift dieses Briefs. Und wenn wir von Comic-Förderung sprechen, das war zuletzt in Erlang ja auch ein riesengroßes Thema, dann sprechen wir ja verschiedene Dinge an. Wir sprechen von Förderung im Rahmen von Preisen, im Rahmen von Stipendien. Wir sprechen Förderung an, wenn wir von Individualförderung, also konkret Artists fördern wollen und deren Arbeit, ungeachtet davon, was da letztlich bei rumkommt. Es gibt aber auch Förderung, wo konkret einzelne Werke gefördert werden. Dann gibt es natürlich auch sowas, man könnte sagen Verlagsförderung. Das kennen wir jetzt beispielsweise auch von der Edition Moderne. Das ist natürlich dann eben halt nicht Deutschland, sondern eben außerhalb. Aber es gibt verschiedene Formen von Förderung. Ist bei eurem Brief grundsätzlich da alles mit gemeint? Oder geht es schon eher so um diese Struktur und ich sage mal Wirtschaftsförderung? Also wir kommen ja aus ganz unterschiedlichen Ecken. Ich glaube, das ist auch ganz hilfreich, wenn ich das so ein bisschen vorneweg stelle. Also wir haben Leute, die wirklich eben Erfahrung in diesem Kulturförderungsbereich haben, in dem ich zum Beispiel wenig Erfahrung habe. Und wenn ich so von meiner Warte aus das sehe, dann sehe ich es durchaus auch als eine Wirtschaftsförderung, so wie es halt Filmförderung auch gibt, die eben sehr breit gestreut ist und eben auch sehr viele Genres und Ausrichtungen abdeckt. Und so wie die Comicförderung jetzt aufgestellt ist, geht es natürlich sehr viel um auch eben in so die Richtung der Literaturförderung oder wie eben Literatur gefördert wird, die sich ansonsten selber so nicht tragen könnte oder so nicht existieren könnte. Verstehe. Okay, und ihr habt dieses Problem für euch identifiziert als Gruppe. Man kann die Mitglieder dieser Gruppe, glaube ich, nachlesen. Also wir sehen hier verschiedene Namen aufgelistet. Es gibt ja sowohl die UnterstützerInnen, das ist auch in verschiedenen Blogs eingeteilt. Über die Blogzusammenstellung weiß ich auch nicht genau, wie die zustande kommt. Da können wir später nochmal drüber zu sprechen. Aber es gibt ja auch so eine Art Kernteam. Ist das richtig, dass wenn wir jetzt hier beispielsweise Sherry Domingo von der Comic-Gewerkschaft, die vor kurzem auch ein tolles Interview, ein Kurzinterview gegeben hat bei Deutschland Radio Kultur, glaube ich, war es. Deutschland Funk. Deutschland Funk, vielen Dank. Jennifer Daniel, Aisha Franz, Mia Oberländer, Leonie Ott, Elisabeth Pich, Patrick Späth, Barbara Jelin und du. Seid ihr das Kernteam? Also es gab kein ganz offizielles Kernteam, weil das ist halt auch tatsächlich so, es zeichnet vielleicht diesen ganzen Prozess auch aus, dass wir einfach oft eben, wie ich schon gesagt habe, nicht die Ressourcen haben, uns regelmäßig zusammenzusetzen und über solche Sachen zu diskutieren. Und es war dann immer, dass man gucken musste, wer kann denn gerade, wer hat denn gerade noch Kraft, jetzt irgendwie sich in einen zweistündigen Zoom zu setzen? Und sie so die, die jetzt damit genannt waren, das sind die, die es eben öfters leisten konnten überhaupt. Und ich weiß, dass auch, was ich auch irgendwie ganz tragisch finde, ist, es sind auch einige dabei, die eben wirklich dann teilweise ein schlechtes Gewissen hatten, weil sie es einfach gerade nicht leisten können, zu sagen, ja, wir treffen uns jetzt einmal die Woche und diskutieren das und formulieren das. Und weil die einfach so tief in anderen Verpflichtungen stecken. Und deswegen würde ich sagen, es ist kein ganz eindeutiges Kernteam, aber eben das, was die jetzt unten drunter stehen, das zeichnet so die ab, die eben die Energie und auch das Know-how hatten, sich da jetzt aktuell da einzubringen. Ein Grund mehr, dir an der Stelle auf jeden Fall auch nochmal ein großes Dankeschön auszusprechen, dass du dir heute die Zeit nimmst, da ein bisschen Frage und Antwort zu stehen zu dem Brief. Denn wie du selbst sagst, das ist natürlich was, das machst du alles Zusätzliche und das zeichnet dein erhöhtes Engagement ja letztlich auch für die Szene aus. Vielen Dank dafür. Ja, ja, gerne. Und dann verstehst du es vermutlich richtig, also ihr hattet dann dieses Team an Leuten, von Menschen, die mal mehr mal weniger Zeit hatten und dann gab es irgendeine Form von Workflow, in der vermutlich im Rahmen von Brainstormings Themen definiert wurden, die irgendwann ausformuliert werden mussten, oder? Genau so war das. Und da sage ich auch ganz klar, dass eben viele von diesen inhaltlichen Sachen, das ist was gewesen, wo ich einfach nicht genug informiert bin. Da gibt es andere Expertinnen, die sich eben dann mit Quellen beschäftigt haben oder eben auch mit politischen Prozessen sich besser auskennen. Oder eben zum Beispiel wie die Chérie Domingo, die ja eben das Interview auch gegeben hat, in der Comic-Gewerkschaft viel aktiver ist. Und also wir haben versucht, dass jeder einfach so seine Exkertise so ein bisschen einbringt und irgendwie an der Ecke unterstützt, wo es gerade geht. Okay, dann gleich noch kleiner Einblick in die Insights. Ich habe die Comic-Szene als sehr heterogen kennengelernt, also unterschiedlichste Menschen mit unterschiedlichsten Auffassungen von Leben und von Arbeit auch. Und war das ein harmonisches Miteinander, wo man an einem gemeinsamen Ziel gearbeitet hat? Oder gab es schon auch Reibereien, ohne dass du die benennen müsstest? Ich kann mich da nicht an Reibereien erinnern, weil der Kern ist ja, wie ich vorhin schon meinte, einfach, dass wir alle das Gefühl haben, dass es so unfassbar schwer ist, unseren Job zu machen, den wir ja so lieben und den wir auch für wichtig halten. Und ich sehe natürlich aber auch, dass wir aus ganz unterschiedlichen Ecken kommen. Also dass da welche dabei sind, und die eben eher sich in die Hochkultur einfügen lassen, während ich natürlich mit meinen Sachen eher so im Unterhaltungssektor bin. Und also dass da oft ja so eine Grenze auch gezogen wird, was eben Unterhaltung und Kunst angeht. Also ich denke, dass wir sehr, sehr unterschiedlich sind und du total recht hast, dass das sehr heterogen ist, aber dass wir in dem Fall total an einem Strang gezogen haben, weil es wirklich jetzt einfach so ein Moment war, zu sagen, wir wollen jetzt einfach mal auf uns aufmerksam machen und da kann jetzt nicht irgendwas Trennendes dazwischen kommen, dass man jetzt noch diese kleine Szene irgendwie splitten muss oder sich verstreitet über irgendwelche Sachen, die jetzt für dieses Anliegen einfach nicht wichtig sind. Damit ist es für mich auf jeden Fall auch eines der Leuchtturmprojekte der Szene. Ein Positivbeispiel dafür, wie es unterschiedliche Akteurinnen geschaffen haben, sich mit Blick auf ein gemeinsames Ziel zusammenzuschließen und offensichtlich längere Vorarbeit hier gemeinsam auch so einen Brief zu formulieren und das wohl gemerkt auch mit einem erhöhten Engagement auch vielleicht in Zeiten und in Zeiträumen, wo man hätte auch arbeiten können beispielsweise, wo man Aufträge hätte erledigen können, wo man hätte Geld verdienen können. Insofern wirklich, muss man auch so deutlich sagen, insofern ein ganz tolles Leuchtturmprojekt, eben auch ein bisschen bedingt aus der Tatsache, dass, wie du es schon meintest, der Comic ja in der Form zwar verschiedene Organisationen hat, die in der Szene aktiv sind, aber es so etwas wie eine richtige Lobbyorganisation da natürlich nicht gibt. Da sind uns die Kolleginnen und Kollegen von anderen Kulturbereichen, jetzt konkret auch meinetwegen die Filmbranche und auch, ich sag mal, sonstige Literatur, einiges voraus, auch die Musik und so weiter. Da gibt es ja auch deutlich andere Strukturen, die über Jahre erwachsen sind und das haben wir so in der Form auch aus historischen Gründen in der deutschsprachigen Comic-Szene aktuell leider nicht. Ja, und das meine ich eben mit, dass es eben andere Kulturbereiche gibt, wo es dann immer auch mal Menschen gibt, die eben das abknapsen können von ihrer eigentlichen Arbeit und zu sagen, ja, wir machen jetzt Lobbyarbeit. Also zum Beispiel im Illustratorenbereich gibt es ja die Illustratorenorganisationen seit etlichen Jahren, die einfach wahnsinnig gute politische Arbeit macht und immer, wenn irgendwelche Verlage unfaire Bedingungen oder so rausgeben, dann sofort öffentlich damit geht und einfach ein gutes Schreiben aufsetzt. Aber das ist halt was, was wahnsinnig schwer zu leisten ist, wenn eben diese Strukturen nicht da sind, sondern wenn man sagt, boah, habt ihr heute Abend noch die Energie, finden wir vier, fünf Leute, um irgendwie die nächsten Schritte einzuleiten und wer macht dieses, wer macht jenes. Hey, ich muss mit dem Hund raus und ich kann gerade nicht oder ich habe ein kleines Baby zu Hause, ich kann heute nicht. Also das ist wahnsinnig viel komplizierter, als wenn diese Strukturen eben schon da wären. Wer sich einen Eindruck der Status Quo-Situation machen möchte, des Status Quos, dem kann ich auf jeden Fall auch empfehlen, da sich nochmal genau diese Comic-Studie anzuschauen, die wir auch eben von der Comic-Gewerkschaft haben. Die ist teilweise wirklich toll illustriert, auch veranschaulicht. Man kann sich da an Zahlen und Fakten eben auch mal einen Eindruck davon verschaffen, wie viel Prozent von der deutschsprachigen Comic-Szene, also insbesondere eben jetzt von den Artists, überhaupt davon leben können und wie da die Verhältnismäßigkeiten sind, um letztlich auch ein deutliches Bild davon zu haben, wie prekär das im Einzelfall auch durchaus sein kann, dass es verhältnismäßig wenig Menschen gibt, die davon einfach leben können und wir deswegen ganz dringend eine Art von Förderung brauchen. Aber da bin ich schon relativ straight auch bei den Inhalten des Briefes, auf die wir jetzt natürlich auch eingehen können. Der ist ja, also so wahnsinnig lang ist er gar nicht, denn er ist relativ konkret dann auch, was die Förderung angeht. Aber wir werden jetzt hier mal einzelne Punkte rausgreifen und da fangen wir natürlich ganz oben an und ein bisschen auch bei dieser Kürzung dieses Bundeskulturfonds. Jetzt bin ich ja gar nicht so drin in der Frage, wer finanziert eigentlich Kultur? Ich weiß nur, dass Kultur, genau wie zum Beispiel auch Schulbildung, eigentlich eine Sache ist, die in einem föderalistischen System wie dem unseren tendenziell bei den Bundesländern liegt. Dafür gibt es dort eigene Ministerien mit eigenen Leuten, die eigene Dinge machen. Und wir haben ja auch verschiedene Bundesländer, die recht vorbildlich auch den Comic fördern. Ich nenne da immer wieder gern auch Bayern, auch wenn es da natürlich im Einzelfall auch immer ein bisschen schwierig ist und bis die Zusage da ist, dauert es auch gern mal länger. Aber im Ergebnis nimmt dieses Bundesland Geld in die Hand und fördert Comic. Genauso machen das auch andere Bundesländer. Jetzt frage ich mich ein bisschen und da weißt du vielleicht mehr. Jetzt sind wir hier beim Bund und der Bund hat ja im Koalitionsvertrag diese Sache stehen. Wie sieht es eigentlich aus mit der Kulturförderung des Bundes? Was machen die eigentlich? Weißt du da was? Also ich sage ja auch, dass ich in nicht allen politischen Fördergeschichten da so drin stecke, aber ich habe halt zum Beispiel die Erfahrung, also es gibt die Förderung des Bundes im Filmbereich und da ist es halt schon so, dass das einfach von der Bundesregierung ausgeschüttete Gelder sind für Filmprojekte. Also im Prinzip eigentlich das, was man sich für den Comic eben auch wünschen würde. Also ich habe diesen Prozess selber schon mit einem Filmprojekt, bei denen mal durchge, bin den durchgegangen, dass du dich mit einem Text dort bewirbst und eben dann mit einer Writer's Note dazu, wo du erklärst, was deine Vision für dieses Projekt ist. Und je nachdem, wie dann die Jury entscheidet, bekommst du Geld, daraus ein Buch zu machen, ein Drehbuch in diesem Fall oder eben nicht. Und das heißt, da sind diese Strukturen schon so, dass du mit einer unfertigen Sache kommen kannst. Also teilweise, ich glaube, da sind manchmal nur drei, vier Seiten Text verlangt, wo man so ein bisschen umschreibt, was man vorhat. Und dann wird eben, glaube ich, drei- oder viermal im Jahr darüber entschieden in einer qualifizierten Jury. Und das wäre natürlich was, was ich mir für den Comic total gut vorstellen könnte und was wahrscheinlich wesentlich weniger Geld sogar verlangen würde. Es gibt ja verschiedene durchaus Dinge, die auch über diesen deutschen Literaturfonds gehen. Es gibt hier und da Arbeitsstipendien. Und das konkreteste Beispiel, einfach weil ich selbst das schon mitgekriegt habe, ist gar nicht so diese Individualförderung einzelner Künstler und Projekte, sondern schlichtweg die Comic-Expansion. Die Comic-Expansion kennen wir, auch weil sie eben organisiert wird als Comic-Konferenz, vor allem vom Deutschen Comic-Verein und auch dem Literarischen Kolloquium Berlin. Sie fanden bereits zweimal statt, einmal in Berlin und vor kurzem auch in Bochum. Und da fließen und flossen ganz eindeutig Bundesgelder. Also Gelder, die eben aus einem Bundeshaushalt kommen und letztlich überhaupt, soweit ich weiß, die erstmaligen Comic-Konferenzen zu irgendwelchen strukturellen Themen, sagen wir es mal, überhaupt refinanziert hat. In dem Fall ist dann noch beim zweiten Mal die Berthold-Leibinger-Stiftung mit eingesprungen und hat letztlich noch das Budget nochmal aufgestockt. Aber das sind so konkretere Beispiele dafür, wie auf Bundesebene Geld in den Comic und auch in die Szene geflossen ist. Also wenn es um die Frage geht, warum sind wir überhaupt bedroht, wenn der Bundeskulturfonds da reduziert wird? Welche Angst haben wir da? Welche gehen damit einher? Ich möchte von mir aus erstmal ein Disclaimer abgeben, dass ich natürlich diesen offenen Brief unterschrieben habe oder mitunterzeichnet habe und dafür gab es verschiedene Gründe. Letztlich ist das hier einfach auch ein solidarischer Punkt und ich gehe auch nicht mit allen Inhalten 100% konform, aber die Kernaussage, nämlich die Szene kann auf gar keinen Fall auf die Förderung verzichten, ganz im Gegenteil, wir müssen sie weiter ausbauen, die unterstreich ich absolut. Und deswegen würde ich hier gerne verschiedene Punkte angehen und zunächst erstmal an dein Gewissen gehen, liebe Olivia. Eine Frage mal stellen. Die Ampel-Koalition, die ist ja zerbrochen, weil die sich auf diesen Haushalt anscheinend nicht einigen konnten. Es fehlt also vorne und hinten an Geld. Wir haben als Bundesregierung, als Bundesrepublik scheinbar sehr viele einfach Notwendigkeiten und Baustellen, Geld zu investieren. Jetzt haben wir als Comicszene eben auch Angst, dass durch diese Reduzierung des Bundeskulturfonds auch bei uns viel gestrichen wird. Das ist ganz sicher eine Angst, die haben viele andere auch. Die garantiert haben, dass auch alle anderen Kulturbereiche, wir hatten sie angesprochen, wie jetzt eben Filme, wie ganz sicher auch Theater, hundertprozentig haben die auch Ängste, gerade die öffentlichen und kleinen Häuser und viele weitere Dinge, Musik und wie wir sie jetzt nicht alle nennen können, ich kenne die Kulturform jetzt nicht alle auswendig. Warum haben wir als Comicszene jetzt so besonders Angst und warum legen wir sogar noch einen obendrauf und fordern sogar noch mehr als das, was eh schon aktuell fließt? Ist das nicht total egoistisch? Naja, natürlich. Also ist es ein Stück weit egoistisch, aber das Ding ist, dass, wie ich eben meinte, es gibt andere Kulturbereiche, die einfach wahnsinnig gut darin sind, Lobbyarbeit zu machen. Und wenn man nichts fordert, dann hat man ja auch schon verloren. Also warum soll uns das gegeben werden, also ohne dass wir das fordern? Also ich weiß nicht, wann das schon mal passiert wäre, dass man einfach still gewartet hat und irgendjemand hat gesagt, ach, wollt ihr nicht vielleicht doch auch? Also ich glaube, dass das Sichtbarmachen von unserer Arbeit irgendwie so total wichtig ist. Und das hat ja, wir haben ja gesehen, dass das in den letzten Jahren auch schon total viel gebracht hat. Also dass der Literaturfonds Comics überhaupt mit in Betracht gezogen hat. Ja, also dass das überhaupt jetzt so eingerichtet wurde, das ist ja eigentlich schon richtig revolutionär. Und das liegt natürlich auch daran, dass einzelne Comicschaffende immer wieder auch eingereicht haben und gesagt haben, also bevor das quasi erlaubt war, hey, Comics sind auch Literatur. Und wenn wir nicht laut sind, dann ändert sich dann eben auch an diesem Bild nichts. Und ich glaube, durch diese einzelnen Aktionen und das Dranbleiben und eben das Kommunizieren, dass sich Dinge dann eben auch ändern und eben anerkannt wird, auch in solchen Gremien. Ja, Comics sind auch Literatur und es gibt eben manche, wo man eben auch einreichen darf mittlerweile oder eben wie jetzt, dass eigene Strukturen geschaffen sind, wo es dann wirklich heißt, das ist jetzt eine Comic-Förderung vom Bund. Also ist Anerkennung auch, und das ist auch meine Erkenntnis aus den letzten Monaten, meinetwegen Salon und auch der Comic-Expansion und auch aktuell der gegründeten EG Comic, die wir auch beim Börsenverein haben, ist Anerkennung ein zentrales Thema der Szene. Würdest du mir da zustimmen, dass der Comic ganz sicher auf einem Weg ist, wie aber auch positiv formuliert, in den letzten Jahren, auch meinetwegen durch die Bundesförderung, bereits da einfach auch eine bessere, breitere Wahrnehmung für den Comic erhalten haben? Das würde ich schon so sehen. Also wenn ich jetzt so einige Jahre zurückgehe und eigentlich die Leute außer Asterix kein Verständnis von Comics hatten, denke ich schon, dass sich da einiges getan hat. Also auch durch den etwas leidigen Begriff Graphic Novel, der doch auch eben Türen geöffnet hat oder eben daran appelliert, dieses Medium auch ernst zu nehmen und eben in so ein bisschen verkrustete Strukturen vielleicht eben auch leichter reingekommen ist. Und ich glaube, dass eben in Deutschland Comic und Anerkennung irgendwie wirklich noch Hand in Hand gehen müssen und wahrscheinlich auch noch etliche Jahre und alles, was hilft, dass wir da vorwärts kommen, ist gut. Absolut. Wir tauchen eben in den Fürthors auf und werden vermehrt auch wahrgenommen. Ich habe auch den Eindruck, die Szene ist gewachsen. Sie ist enorm groß. Also zumindest in der ganz subjektiven Wahrnehmung. Einfaches Beispiel. Ich habe natürlich für diesen offenen Brief auch ein kleines Video gemacht, ein Reel, das auf Social Media Plattformen erschienen ist. Und ich glaube, ich hatte zumindest, was den Bereich Comic angeht, noch nie eine so dermaßen große Reichweite. Es haben dermaßen viele Menschen eine irgendeine Form von Interesse an diesem Thema erkannt, auch welche, die nicht alle zwangsläufig irgendwie mit Illustrationen zu tun haben. Da war ich schon sehr davon beeindruckt. Ich habe den Eindruck, es gibt wirklich wahnsinnig viele Menschen da draußen, die meinetwegen auch nur in Randbereichen, aber irgendwie mit dem Comic verbandelt sind und sich auch ein Stück weit mit diesem Thema identifizieren. Das mag vor einigen Jahren vielleicht noch gar nicht der Fall gewesen sein. Ja, das sehe ich auch so. Also ich bin auch total beeindruckt, wenn man irgendwie jetzt in diese Liste von Namen schaut und manchmal hat man ja das Gefühl, dass die Comicszene irgendwie, dass man jeden kennt und ich finde, also dass kaum irgendwas so beglückend ist, wie so viele Namen zu lesen, die man nicht kennt. Also das ist nochmal so ein extra besonderes Ding, dass ich denke, ja krass, das sind halt Leute, die sich mit dem Comic solidarisieren, die vielleicht nicht aus dem innersten Kreis kommen, sondern vielleicht Leserinnen sind oder einfach Leute, die sich dafür interessieren. Und das finde ich, das ist schon wirklich einfach ja ein ganz besonderes Ereignis, so das wirklich mal schwarz auf weiß zu sehen. Der Comic ist ja geeignet, Menschen unterschiedlichster Couleur anzusprechen. Also auch allein schon, was mal ganz simpel die Bildungsgrade angeht. Wir haben ja wirklich von Comic als Einstieg in die Leseförderung, was auch eines eurer Ziele ist. Da werden wir auf jeden Fall gleich das nochmal kurz ansprechen. Bis hin wirklich zu höchsten akademischen Graden. Menschen, die ausgiebigst Comics und alles da, was am weitesten Sinne zusammenhängt, auch erforschen und eben wissenschaftlich analysieren, ist der Comic ja geeignet, wirklich wahnsinnig viel, viele Menschen anzusprechen. Also da ganz unterschiedlich. Und auch gerade in Zeiten wie jetzt ist der Comic natürlich auch für politische Bildung sehr geeignet. Ihr führt das auch auf. Es gibt ja schon seit vielen Jahren auch die ganz gute Zusammenarbeit mit der Bundeszentrale für politische Bildung. Da ist jetzt auch wieder ganz aktuell was erschienen von diesem jungen Mann, der beim Avant Verlag was veröffentlicht. Das werde ich gleich nochmal nachreichen, wie der genau hieß. Aber da passiert wahnsinnig viel. Hast du auch das Gefühl, dass gerade wenn es um Politik geht, um politische Bildung und du kommst genau wie ich aus dem selben Bundesland, in dem politische Bildung gerade wichtiger wird denn je. Hast du das Gefühl, dass da noch was geht und dass wir allein deshalb Comic dringend brauchen und dringend stärken müssen? Also es ist natürlich immer eine Hoffnung, dass man darüber die Leute erreichen kann. Und ich finde, ich sehe das ja an meinen eigenen Kindern auch, dass Comics immer der leichtere Einstieg in ein Thema ist. Und dass es selbst, wenn die das am Ende dann nicht vollständig lesen oder sich erschließen, die Hemmschwelle, vor allen Dingen für junge Menschen, doch mal in so ein Buch reinzugucken und einfach auch mit irgendeinem Thema, mit dem sie sich vorher noch nicht auseinandergesetzt haben, konfrontiert zu werden, ist beim Comic tatsächlich, würde ich sagen, höher. Und deswegen muss man dieses Potenzial auch nutzen, eben was ja auch die Bundesinstinstalle für politische Bildung in den letzten Jahren getan hat, mit so Sonderausgaben von Comics, die dann wahnsinnig erschwinglich auch waren. Genau, die immer auch wirklich günstig dann sind, kann ich sehr empfehlen. Natürlich von der Barbara, natürlich war da einiges dabei. Jetzt ganz aktuell, das war der Name, der mir gerade nicht einfiel, Adrian Purvissee, das ist das Schimmern der See, erschienen bei Erwand Verlag, gibt es jetzt auch ganz aktuell dort. Immer auch ein Stück weiter natürlich mit mehr oder weniger tagesaktuellen politischen Inhalten. Also da auf jeden Fall eine große Empfehlung. Da hat eine Institution das Potenzial von Comic auf jeden Fall erkannt. Und dann natürlich auch, du hattest jetzt den Nachwuchs angesprochen, das Thema Leseförderung insgesamt. Bei mir, in meinem privaten Haushalt, funktioniert es sehr gut. Wirklich auch mit Einstiegscomics für die Kleinsten. Hast du da auch so positive Erfahrungen gemacht? Ja, also ich meine, ich bin natürlich auch der letzte Haushalt, der den eigenen Kindern irgendwie verbieten würde, Comics zu lesen. Also unsere halbe Wohnung besteht aus Comics. Ich glaube, das ist ganz natürlich. Aber ich finde, dass zum Beispiel, als ich Kind war, und das ist wahrscheinlich auch noch nicht so lange her, dass man das immer so ein bisschen abwertend beäugt hat, wenn der Nachwuchs so begeistert von Comics war. Und es war dann immer so dieses Argument, lies doch mal ein richtiges Buch. Und ich finde, ich kann das total verstehen, wenn Leute das so sehen, weil es hat alles sein gutes Recht. Aber ich glaube, was in den letzten Jahren besser geworden ist, ist, dass man das irgendwie mehr wertschätzt, wenn junge Leute eben auch Comics lesen. Also dass das nicht immer sofort abgewertet wird. Und da ist, denke ich, auch viel bei den Verlagen passiert, die eben auch sehen, dass Leseförderung eben wirklich auch bei jungen Leuten mit vielen und mit hohem Bildanteil beginnt. Und dass das nicht immer irgendwas Schlechtes ist, sondern dass manche eben gerade darüber erreicht werden und dass es alles ein Gewinn darstellt. Als Kulturgut ist Comic ohne Frage absolut förderswert und hat eben unter anderem auch diese jetzt in den letzten Minuten angesprochenen Möglichkeiten und Vorteile, nenne ich es mal. Andererseits ist natürlich in Zeiten knapper Kassen immer ein bisschen zu fragen, was will ich eigentlich fördern und warum möchte ich das tun? Da fällt mir immer ein, dass es ja Comic insgesamt nicht zwangsläufig wirklich schlecht geht. Denn ich möchte da nochmal konkret die Manga mit ins Spiel bringen. Vor einiger Zeit galten immer diese Zahlen, zwei von drei verkauften Comics sind Manga. Inzwischen kann man glaube ich eher sogar von vier von fünf sprechen. Also der Manga, dem geht es tendenziell, ja gut, dem geht es noch nicht sehr gut und es gibt auch noch nicht horrend viele Menschen, die in der Bundesrepublik davon leben können. Aber wir sehen hier so eine Ausnahmeerscheinung, wo es gut laufen kann, wo Förderung in dem Sinne mir jetzt auch neu wäre, dass es eine explizite Manga-Förderung gäbe, die mit Stipendien und ähnlichen Sachen unterstützt würde. Was bedauerlich ist. Ja, absolut. Wollte es da vielleicht noch mehr gäbe. Aber wie sieht es aus? Können, wenn ich diese klassische Trennung, die ich nicht mag, aber jetzt mal aus offensichtlichen Gründen in den Raum stellen möchte, können wir Comic-Menschen, von den Manga-Menschen, da vielleicht noch ein bisschen was lernen? Naja. Dass wir Förderung gar nicht brauchen, will ich sagen. Ich bin da so ein bisschen uneins. Also erstens sind natürlich die Manga, die zu uns schwappen, wahnsinnig erfolgreich, schon im eigenen Land gewesen. Also wir kriegen ja schon nur eine Auswahl von Sachen. Aber es ist ja auch, da ist es so ein bisschen, beim Manga hat man ja immer so ein bisschen, das ist halt die Unterhaltungskultur. Da kommt oft die Hochkultur, oder die Bildung, die da vielleicht weitergegeben wird, wird immer so ein bisschen in den Hintergrund gestellt. Und ich finde es aber total interessant, wenn man es eben mal aus Sicht der Wirtschaftlichkeit oder so sieht, ist ja, dass Korea lange nicht so wahnsinnig viel mitgespielt hat, was Manga angeht, aber eben auch die Sachen selber angefangen hat zu produzieren. Und ich glaube, dass dort wahnsinnig viel Energie reingeflossen ist, um zu sagen, wir wollen das auch so groß machen. Wir wollen auch, dass unsere Sachen ins Ausland verlegt werden. Und die haben das geschafft. Die haben eben anerkannt, dass die Popkultur auch total wichtig ist. Und das ist zum Beispiel was, was ich mir in Deutschland auch wünschen würde, dass man sagt, ja, man muss vielleicht auch Energie in Popkultur stecken. Denn am Ende ist das natürlich, kommt da im Idealfall auch Geld zurück. Also wie gesagt, in Korea hat es geschafft, dass die Popmusik die Welt erobert hat. Sie haben es geschafft, dass Comics in Form von Webtoons zum Beispiel, die dann als Netflix-Serien umgesetzt wurden, die Welt erreicht haben. Und sie haben es im Filmbereich geschafft, mit koreanischsprachigen Filmen den Oscar zu gewinnen. Also sie haben die Welt erobert mit Popkultur und sind dadurch sicherlich nicht ärmer geworden. Und ich habe das Gefühl, dass zum Beispiel die Manga-Leute in Deutschland, die ja sehr unter dem Radar laufen, wir haben ja einige, die wirklich schon sehr lange und mit sehr, sehr viel Energie ihre eigenen Mangas veröffentlichen, teilweise bei Verlagen, aber eben auch viel so im Self-Publishing-Bereich, dass die eben sehr unter dem Radar laufen. Und die Frage eben wäre oder interessant wäre, ob Deutschland nicht auch das Potenzial hätte, vielleicht eben jetzt nicht einen Hochkultur-Manga auf die Bahn zu bringen, aber irgendwas, was auch die Welt erobern könnte. Und diese Ambitionen, die sehe ich halt gar nicht. Sondern man wartet darauf, dass das vielleicht jemand von selbst schafft, ohne irgendwie Hilfe von irgendwelcher Landesseite oder Regierungsseite. Und da kann man aber, glaube ich, relativ lange warten, bis sowas passiert. Und das würde ich einfach gerne nur mal in den Raum werfen, weil ich das halt spannend finde, wie Länder wirklich eben sagen, wir wollen auch unsere Popkultur exportieren, denn wir verdienen sehr viel Geld daran. Und wir verkaufen natürlich auch unser Land touristisch damit. Und das ist ja was, was Deutschland sich ja auch von Kulturförderung erhofft, dass einfach auch der Tourismus angeregt wird und dass eben Deutschland als attraktives Land gesehen wird, wo man in die Oper gehen kann, wo man ins Theater gehen kann, wo eben ganz viele kulturelle Veranstaltungen sind und eben die Nation an sich als etwas Positives ins Ausland verkauft wird oder als etwas Attraktives. Und ich denke halt, dass eben ich mir da wünschen würde, dass zum Beispiel da irgendwelche Türen auch aufgemacht werden. Und das ist aber was, was ich einfach noch gar nicht sehe, weil man da eben gar kein Bewusstsein für hat. Das ist absolut großartig. Und ich denke, das könnte auf jeden Fall auch so einer der vielleicht wichtigsten Punkte sein, dass man letztlich diese Förderung als eine Art Anschubfinanzierung für die Szene sieht. Das muss ja nicht zwangsläufig eine auf Jahrhunderte ausgelegte Förderung sein, sondern letztlich vielleicht auch einfach als eine Art Projekt, eine Wirtschaftsförderung sein, die langfristig natürlich auch einfach Konsequenzen hat für die ganze Republik, auch vielleicht gern noch außerhalb auch der Szene. Das finde ich total toll, gerade das von dir genannte Beispiel Webtoon aus Korea. Die bekannteste Plattform wird da ja von diesem Unternehmen Naver quasi geführt. Und auch da ist bei weitem nicht alles Gold, was glänzt. Aber das ist natürlich schon so, dass die einfach jetzt Marktführer sind. Und dass da jetzt auch international Menschen einfach diese Webtoons lesen, die in großen Teilen eben auch aus Korea stammen. Ich denke, das waren sehr gute Beispiele. Vielen Dank dafür. Das könnte doch ein Grund sein, dass wir vielleicht doch jemanden da draußen erreichen, der irgendwie in der Förderung steckt und das sieht. Genau. Und es geht ja nicht immer nur darum, jetzt irgendeinem kuriosen Projekt so Geld in den Rachen zu werfen, sondern es ist ja wie in den, also wie Unternehmen auch gefördert werden oder eben so Unternehmenslandschaft gefördert wird, dass man einfach sagt, ja, hier, da steckt man Geld rein, dass sich Firmen gerne ansiedeln. Also man bereitet eigentlich so ein Nest. Und ich denke, dass eben jetzt am Beispiel von Korea, die das gemacht haben, also die haben ihren Leuten wahrscheinlich ermöglicht, eben zu wachsen in dieser Kultur, in dieser Webtoons-Kultur und in dieser Popkultur. Und eben nicht, dass man jetzt ein einzelnes Projekt oder einen einzelnen Künstler damit durchführt hat, sondern dass man eben wirklich, ja, dieses Nest bereitet für diese Art von Medium, ja. Nest bereiten ist ein gutes Stichwort, denn wenn wir Comics für alle lesen wollen, dann müssen Comics auch von allen gemacht werden können, sodass wir also verschiedene Menschen brauchen, die diese Kunst erstellen. Das können natürlich nicht nur Menschen sein, die hohe fünfstellige Förderungen im Jahr bekommen und dann in Ruhe an ihrem Buch arbeiten können. Das müssen natürlich auch Leute sein, die aus anderen finanziellen Situationen kommen. Wir reden hier also oftmals von sogenannten marginalisierten Gruppen, Menschen, deren Einkommenssituation oder allein schon deren persönliche Lebenssituation, auch ungeachtet vom Comic, ihnen, ungeachtet von den Einnahmen, sie vielleicht gar nicht in die Lage versetzen würden, so einen Comic zu machen, aber eben, weil sie Ruhe haben durch eine Förderung, durch eine finanzielle Förderung, weil sie sich so Zeiten einräumen können, haben sie plötzlich die Möglichkeit, sich in der Kunstform Comic auszudrücken und ihre Inhalte da zu präsentieren und damit auch ihre, ich möchte mal, wenn wir gleich von dem Milieu sprechen möchten, aber ihre Gruppe, ihre soziale Gruppe inhaltlich wie auch generell erst einmal zu repräsentieren. Hast du Erfahrung gemacht von Menschen, du musst da jetzt keinen Namen nennen, wenn du nicht möchtest, die nur aufgrund von Förderung überhaupt an ihren Projekten arbeiten konnten, egal ob klein oder ob groß, die überhaupt ihre Themen nur unterbringen konnten, eben weil sie etwas, ja, durch Förderung eine gewisse Sicherheit hatten, die sie vorher nicht hatten. Also ich denke, dass zum Beispiel, wenn man sich die Projekte anguckt, die in der, so von der Bertolt-Leibiger-Stiftung unterstützt werden oder den Hauptpreis bekommen, also da vermute ich schon oft, dass das Projekte sind, die vielleicht anders überhaupt nicht auf den Weg kommen würden, wenn nicht dieses Geld da wäre, um in Ruhe dann auch an diesen Sachen zu arbeiten und ich finde, das ist ein ganz, ganz großes Thema und ich sage das auch immer, also Comics machen muss man sich in Deutschland tatsächlich oft leisten können, ne? Also, und ich bin da total der gleiche Fall, also ich bin, ich bin schon ziemlich privilegiert, aber das, ich muss quasi meine Comics oder meine Arbeit an Comics immer querfinanzieren mit anderen Projekten und ich habe ganz oft die Frage gestellt bekommen, boah, Olivia, wie schaffst du das eigentlich alles? Du machst so viel und es ist so krass und ich denke immer so, ja, ich mache schon gerne viel, aber es ist auch irgendwie so ein Überlebensmechanismus, also ich kann, ich kann nicht irgendwie so ein 300 Seiten Comic machen, wenn ich nicht noch auf 10.000 anderen Hochzeiten tanze, also ich mache das, um mir leisten zu können, so ein Comic zu machen und das, wenn ich dann eben denke, dann gibt es eben Leute, die eine ganz andere Lebensgeschichte haben und einen ganz anderen Background, für die das halt gar nicht möglich ist oder eben, ich finde auch, dass es eigentlich nicht so sein sollte, dass man eben so ein großes Projekt macht und so viele andere Sachen nebenher machen muss, weil das kann auch nicht jeder und also ich bin, ich bin eine Ausnahme, dass ich das irgendwie aushalte mit dieser Überarbeitung, aber es ist nie gesagt, wie lange man das aushält, das hält, also das ist immer, ich sage mal so ein bisschen ein Tanz auf dem Vulkan, ich denke, ich komme irgendwie klar und vielleicht bin ich auch so ein bisschen ein Workaholic in meiner Seele tief drin, aber ich hatte auch eine totale Sehnsucht, dass es nicht so sein müsste und dass ich eben mehr Zeit und Liebe dann eben auch in die Sachen stecken kann, die mir total wichtig sind und dass es sich nicht immer wie so ein Marathonlauf anfühlt, wo man nebenher noch jonglieren und Bogen schießen muss und keine Ahnung und kann, also sehe das eben total, also und kann mir das auch gut vorstellen, dass eben andere Leute aus marginalisierten Gruppen, also dass wir diese Comics einfach nie sehen werden, weil sie einfach nicht entstehen, weil wer wirklich ganz hart leben muss von dem Geld, was er verdient, der wird diesen Job nicht machen oder eben wirklich nur unter den allerprekärsten Bedingungen und dann entstehen eben auch viele Sachen einfach nicht. Absolut, also Kultur schaffen zu können, unabhängig von wirtschaftlichen Zwängen, das wäre natürlich ein Traumzustand und deswegen wäre es auch gut und ihr fordert es auch, wir sind hier konkret jetzt auch schon bei den konkreteren Forderungen, die ihr an die Mitglieder des Bundestages gestellt habt. Ihr fordert nämlich auch konkret nicht nur diese Kürzungen komplett zu streichen und rückgängig zu machen, wobei ich gar nicht weiß, ob die schon so konkret beschlossen sind, sondern eben noch die Budgets insgesamt aufzustocken. Waren da mal in eurer Arbeitsgruppe intern irgendwelche Zahlen im Raum? Ist eine Verdopplung wünschenswert oder realistisch? Gab es da mal irgendwie eine Kennzahl, von der du weißt? Ne, also was Zahlen angeht, also ich hatte immer eine Fünf in Mathe, gar nicht der Rest. Also ich bin nicht die Ansprechperson, was Zahlen angeht. Da müssen wir vielleicht nochmal jemanden anderen bitten, da konkret zu sprechen. Dafür müssten wir wahrscheinlich auch sehr viel konkretere Projekte haben. Unter anderem ist eines dieser konkreten Projekte auch eine Forderung von euch, eine Einrichtung eines spezifischen Förderprogramms durch den Bund für Comics, in dem diverse Dinge auch abgedeckt sein könnten. Und hier sehe ich auch wirklich eine Mischung aus Kulturförderung und Wirtschaftsförderung, denn hier ist konkret auch die Rede von der Förderung von beispielsweise Druckkostenzuschüssen, Projektstipendien und Produktionsförderung für Comicbücher und auch ähnlich gelagerte Dinge, so wie wir das aus dem, jetzt hier konkret auch europäischen, aus den europäischen Nachbarstaaten kennen, wo es scheinbar so eine Form von Förderung und Stipendien gibt. Da fällt mir immer ein, dass es da, glaube ich, ein zentrales Problem gibt, das wir bei der ersten Comic-Expansion herauskristallisiert haben und bei der zweiten wurde das nochmal bestätigt, es gibt genau genommen gar keine zentrale Stelle, an die sich jetzt beispielsweise so eine Bundesministerin wenden könnte. Es gibt ja nicht sowas wie die Stabstelle Comic, die dann alle Menschen der Comic-Szene kennt und genau weiß, wohin man die Gelder verteilen müsste. Andererseits gibt es wahnsinnig viele Organisationen, die ja auch dankenswerterweise von denen viele hier unterzeichnet haben, die also durchaus eine gewisse Repräsentanz der Comic-Szene darstellen. Das sind natürlich nicht nur die ganzen Comic-Festivals im Land, das ist eben auch beispielsweise seit dem relativ neuesten Jahr die Comic-Gewerkschaft, die Comic-Solidarity, der deutsche Comic-Verein, der Deutschland schon immer auch im Ausland ja ein Stück weit repräsentiert, konkret also in Angolem und natürlich eben auch die von dir angesprochene Illustratorin-Organisation, die da auch viel gute Arbeit leistet und viele weitere, die ich natürlich jetzt nicht alle aufzählen kann und da frage ich mich schon so ein bisschen, müssten wir nicht erstmal intern uns einigen, wer jetzt eigentlich so den Hut auf hat oder ist das zu weit gedacht? Also, das weiß ich nicht, also ob man jetzt irgendwie so eine zentrale Stelle bräuchte, aber ich glaube, dass es der Kommunikation natürlich total helfen würde, aber das denke ich mal, da sind wir wahrscheinlich jetzt auch in einem Prozess, wo sich solche Sachen finden, ne, also wenn wir jetzt in diese Liste dieser ganzen Unterstützer gucken, da sind wirklich viele Sachen dabei, eben wie Comic-Museum, Erlangen und so weiter, das sind ja Sachen, die sind alle noch frisch, ne, also wir sind, wir sind glaube ich auf einem ganz guten Weg, uns so ein bisschen, wie sagt man, zu professionalisieren oder eben uns so fit zu machen, solche Lobbyarbeit überhaupt zu leisten und wenn man sich jetzt aber zum Beispiel, wie wir ja gesagt haben, die Illustratorenorganisation anschaut, da sind Leute, die bezahlt werden, auch für diese Arbeit, die sie dort machen, ne, also über eben Mitgliedsbeiträge und so, die jeder zahlt, wenn er in die Illustratorenorganisation eintritt und das ist natürlich oft ein Schlüssel, also im Moment, wie gesagt, machen wir das alle irgendwie neben dem ganzen anderen Kram, den wir noch machen müssen und zur Professionalisierung würde sowas vielleicht auch gehören, aber das wäre jetzt wahrscheinlich auch einfach anmaßend, wenn ich jetzt irgendwie die Antwort hätte, wie man sich da am besten aufstellt, das ist jetzt nur so mein persönliches drüber nachdenken, ob man jetzt irgend so eine, wie sagt man, Dachorganisation braucht, die das alles bündelt oder ob das am Ende eine Person ist, aber das kann natürlich auch wieder wahnsinnig eben Angriffsfläche bieten, man weiß es nicht. Im Moment sind wir uns ja alle sehr einig und harmonisch, aber das ist natürlich kein Garant für die Ewigkeit, aber ich fände es gut, wenn einfach dieser Prozess weitergeht und dass es vielleicht am Ende wirklich irgendwie eine Stelle gibt, die so als Ansprechstelle fungiert. Da gab es viele tolle Ideen, sowas beispielsweise bei einem Comic-Museum im Erlheim anzudocken, das müsste also eine offiziell geschaffene Vollzeitstelle sein, die dann halt auch im öffentlichen Dienst ist, am besten Fall verbeamtet, damit sie gewisse politische Neutralität hat. Das sind aber alles nur so Ideen, die aus der Szene kommen und auch wie man die dann vergütet und was die für Zuständigkeiten hat. Ich glaube, das sind Fragen, die werden wir vorerst auch hier so schnell nicht lösen können, aber da gibt es viele tolle Ideen und wenn ihr da Interesse habt, liebes Publikum, euch da ein bisschen mit einzubringen, dann kann ich euch dringend raten, euch beispielsweise mal auf den diversen Discord-Servern der Szene herumzutreiben. Ich selbst bin jetzt beispielsweise auf dem, die sind glaube ich auch alle halbwegs öffentlich zugänglich, Discord-Server der Initiative beziehungsweise des Netzwerks Comic & Bayern. Von der Comic-Expansion gibt es einen Discord-Server, die Comic-Solidarity hat einen Discord-Server, es gibt auch einen Discord-Server der Aktion Comics gegen rechts und ich glaube, die Comic-Gewerkstatt hat ein Forum. Es gibt durchaus Anlauforte für euch, sei es jetzt, ob ihr Artist seid, ob ihr in irgendeiner Form von der Produktionsseite der Comics auskommt oder einfach nur RezipientInnen und ihr einfach gerne Comics lest und mögt. Da gibt es durchaus Anlaufmöglichkeiten für euch, euch diesen Themen zu nähern und mitzumachen, hier demokratisch an diesen Prozessen teilzunehmen. Diesen Hinweis möchte ich auf jeden Fall an der Stelle nochmal da lassen. Da gibt es wirklich viele Möglichkeiten. Googelt mal oder schreibt mich an, keine Ahnung, info.tele-stammtisch.de oder natürlich, bin ich mir auch sicher, frage ich mal, darf man euch schreiben? Wenn man irgendwie mitmachen will und will mehr als unterzeichnen, darf man an die E-Mail-Adresse schreiben und fragen, wie es jetzt weitergeht oder wie man helfen kann? Na, auf jeden Fall. Also wir freuen uns über alle Mails, die eingehen. Wir haben jetzt auch die ersten Rückmeldungen tatsächlich von Bundestagsabgeordneten auf den Brief und freuen uns aber eigentlich über alle, die sich melden und wir hoffen, dass wir dann irgendwie die integrieren können oder weiterhalten können oder was auch immer. Sehr gut. Es gibt verschiedene weitere Forderungen hier. Eine langfristige Sicherstellung verschiedener Festivals und internationaler Vernetzungen. Glaube ich sofort, kann ich jetzt nicht viel sagen. Das wird vermutlich einfach eine Bezuschussung halt eben all solcher Veranstaltungen sein, denn so digital ich auch gerne unterwegs bin und unser Gespräch findet gerade auch rein digital statt. Comicszene lebt schon auch ein enormes Stück weit davon, dass man sich persönlich im echten Leben trifft und miteinander austauscht. Insofern Daumen nach oben für alle Comicveranstaltungen, die wir so mitnehmen können. Ein Punkt, der ist mir aufgefallen, eben weil ich den auch aus meinem sonstigen Alltag kenne und zwar geht es hier um die Einführung von sozialen Absicherungsmodellen für KünstlerInnen. Da ist also konkret dieser soziale Absicherungsgedanke im Sinn. Da geht es um die Frage, wie wird eigentlich mal irgendwann die Rente gezahlt, wie sind die alle krankenversichert und genau wie du und viele andere kenne ich da natürlich nicht nur die Künstlersozialversicherung, die es ja bereits gibt. Es gibt ja auch diese, ich glaube, es ist sowohl die VG Comic, Quatsch, VG Bild als auch die VG Wort. Es gibt ja schon ähnliche Institutionen. Warum stärken wir diese nicht einfach? Warum brauchen wir eine eigenständige? Was meinst du? Also ich wäre natürlich dafür, die auch zu stärken, also VG Bild und VG Wort, weil die natürlich für uns schon auch eine Rolle spielen. Aber so wie sie jetzt aufgestellt sind, ist das natürlich oft nur so ein Zubrot. Also dass man vielleicht, also irgendjemand meinte mal, das ist wie das 13. Monatsgehalt, was wir ja als Selbstständige nie bekommen. So dann am besten so vor Weihnachten, dass man dann davon irgendwie Geschenke kaufen kann oder so. Aber das entspricht natürlich nicht einer richtigen Absicherung, auf die man sich verlassen kann. Vor allen Dingen, weil diese Zahlungen extrem unregelmäßig mittlerweile kommen durch verschiedene Prozesse, die da stattfinden. Es war ja vor ein paar Jahren irgendwie, dass den Verlagen aberkannt wurde, dass die irgendwie beteiligt werden dürfen an den Einnahmen und dann wurde nachträglich ganz viel Geld an die Kreativen ausgeschüttet. Dann wurde das immer wieder geändert. Also man kann sich darauf halt überhaupt nicht verlassen. Also ich kann nicht jetzt mein Jahr damit planen, dass irgendwann Geld von der VG BILD oder so eingeht. Das ist dann eher so Überraschungsding. So plötzlich liegt ein Brief im Briefkasten. Und du denkst so, ah, oh, interessant. Mal gucken, was drinsteht. Und ich kann das überhaupt nicht berechnen, weil ich auch nicht aktiv da bei der Arbeit durch der VG BILD dabei bin, was ja auch eine Möglichkeit wäre. Und also ich kann jetzt einfach nur von mir privat mal sprechen, wissen, dass als es mit Corona losging, gab es ja auch so diese ersten Unterstützungsangebote für Selbstständige. Und das ist überlegen, ich glaube, dass ich eine davon bekommen habe und dass das nicht dazu geführt hat, dass ich jetzt irgendwie nicht gearbeitet habe, aber ich hatte so wie so einen inneren Seelenfrieden, dass ich dachte, krass, ich überstehe jetzt die nächsten Monate damit. Und ich denke immer, dass, also von meiner Warte aus, dass es nicht verkehrt ist, wenn die Leute in weniger Angst leben. Und das ist meine Meinung dazu. Und dass ich das nicht so kritisch sehen würde, eben, wenn man sagt, dass man die Leute dahingehend unterstützt. Das ist ja auch, jetzt, wenn es super kontrovers werden soll, zum Beispiel, die DDR hat das ja auch gemacht. Und viele Leute, die quasi nicht also mit dem Regime angeeckt sind, was jetzt nochmal eine ganz andere Schose ist, die haben gesagt, dass man eben als Kreativer in der DDR natürlich tendenziell auch ein ganz gutes Leben haben konnte. Und dass das was ist, was ich jetzt nicht als wahnsinnig schlecht ansehe, dass man eben Leuten, die was zur Kultur beitragen, eben auch ermöglicht, dass sie ein etwas sicheres Leben führen dürfen. Ja, das ist ja natürlich nochmal ein großes Thema, wenn man sich von öffentlicher Förderung abhängig macht, inwiefern dann irgendwann auch Vorwürfe von Propaganda natürlich im Raum stehen würden, was halt dann natürlich noch überhaupt gefördert wird und was nicht. Das ist ein sehr valider Punkt und sehr interessant, da vielleicht nochmal an anderer Stelle länger drüber nachzudenken. Ja. Ihr habt verschiedene konkretere Forderungen drin, die meisten haben wir jetzt, würde ich sagen, allgemein angerissen zumindest. Und es ist auch sehr interessant zu hören, dass ihr erst mal eher mehr fordert, als realistisch kommen wird, einfach um überhaupt eine Handlungsgrundlage zu haben. Und wenn man den Brief dann bis ganz unten durchgescrollt ist, dann fallen einem natürlich diese unfassbar vielen Namen auf, die hier bereits unterzeichnet haben. Hier hat sich eine Szene zusammengestellt und einen Hilferuf mit unterzeichnet. Einen Hilferuf, zu dem sich viele Menschen scheinbar solidarisch allein schon, ohne jetzt im Detail vielleicht exakt diesen Inhalten auch zustimmen zu wollen, aber die sich solidarisch zeigen wollen und deswegen damit unterzeichnet haben. Und ihr liebes Publikum seid auch eingeladen, dass wenn ihr diesen Brief unterstützen wollt, diesen offenen Brief, wenn ihr hier eine solidarische Situation wahrnehmen wollt und auch daran teilhaben wollt, könnt ihr gerne unterzeichnen. Natürlich müsst ihr das nicht, in demokratischen Prozessen wie diesen ist das überhaupt nicht notwendig. Und mir fällt auch auf, wenn ich so über diese Unterstützer innen drübergehe, also ich werde jetzt einen Teufel tun, die alle zu nennen, aber mir fällt eben auch auf, welche Namen nicht auftauchen. Mir fallen vor allem Veranstaltungen auf, die hier nicht in der Liste sind. Mir fallen Organisationen ein, die hier nicht in der Liste sind, auch wenn ich sie sehr konkret google. Was gab es denn an Feedback, ohne dass du jetzt Namen benennen musst von Menschen, warum sie nicht unterzeichnet haben? Ist dir da irgendwas bekannt, irgendwelche Negativpunkte, die wir an der Stelle vielleicht sogar ausräumen können oder wo du noch mal eine andere Perspektive drauf geben kannst? Also ich glaube, das ist jetzt kein Geheimnis oder so, aber das zum Beispiel beim Comicsalon Erlangen, wenn dir das zum Beispiel einfällt, da ist das Problem, dass da ja eine Stadt dahinter steht. Also die Leute, die dort arbeiten, sind ja angestellt bei der Stadt quasi. Und wenn jetzt der Comicsalon Erlangen einen unterschreiben würde, dann ist das, muss das quasi eigentlich mit der ganzen Stadt entschieden, also mit der, mit der ganzen Regierung, ne, die dort ist. Und da, das ist natürlich ein wahnsinnig, wie sagt man, schwieriger Prozess, sowas zu machen. Und das verstehe ich auch total. Da sind ja Leute auch zu einer Art, ich weiß nicht, ob das, ob es in dem Fall Neutralität ist, aber es ist ja, es ist ähnlich wie mit den großen, also den richtig großen Verlagen, wenn da jetzt jemand XY sagt, ich unterschreibe das jetzt und im Plammern steht dann der Verlag und das ist gar nicht abgesprochen. Das sind natürlich, also je größer was ist, desto schwieriger ist es auch mit dem Namen deines Unternehmens oder eben deiner, deiner Stadt oder deiner Regierung so dahinter zu stehen. und da habe ich totales Verständnis auch, dass entweder nicht unterschrieben wird oder dass es einfach länger dauert, bis da Absprachen getroffen wurden. Aber ansonsten, wie gesagt, ich freue mich total darüber, dass eben so viele solidarisch sind und weil, einfach um das nochmal zu sagen, also von dem, wie die Comicförderung jetzt auch gestellt ist, würde ich gar nicht profitieren wahrscheinlich. Also so, weil immer so dieser Aspekt, dass das eben eigentlich eine Kultur oder ich sage jetzt schon wieder Hochkultur, bis du mal ein anderes Wort benutzen, aber dass das irgendwie als förderwürdig angesehen wird und das wären zum Beispiel meine Sachen auch nicht. Und, aber ich finde es trotzdem total wichtig, einfach zu, dazu zu stehen, weil die, wie gesagt, also ich kann, ich kann mir vorstellen, dass eben andere, die sagen, ja, ich mache ja auch nur irgendwelche lustigen Heftchen und das wird garantiert nicht vom Literaturfonds gefördert und deswegen unterschreibe ich nicht, weil warum sollen das die anderen kriegen und das finde ich, das ist halt die, die falsche Strategie, weil wir hatten es ja vorhin mit dem, dass man einfach die Bedingungen verbessern muss und irgendwann denke ich, dass das für einen selber auch gut ist, dass man eben nicht versucht, jetzt gegeneinander zu arbeiten und nur, weil ich vielleicht mit meinen Sachen keine Chancen da habe, weil das einfach zu sehr Unterhaltungsmedium ist und nicht eben so, wie wir es ja sagen, Kulturvermittlung und Leseförderung oder was auch immer, dass eben ich dann trotzdem total solidarisch damit bin und eben das auch mit angeleiert habe. Die Liste der Menschen und Institutionen liest sich wirklich so ein bisschen wie das Who is Who der deutschsprachigen Comics-Szene. Weißt du, wie die sich aufbaut? Warum da jetzt wer in welchem Absatz steht? Kannst du das sagen? Gibt es da eine Priorisierung? Teilweise sehe ich schon, dass es irgendwie alphabetisch ist und teilweise nicht. Weißt du, wie die zustande kommt, diese Reihenfolge? Also wir haben bis zu dem Punkt, wo es online gegangen ist, sind es dann die Erstunterzeichnenden. Also da haben wir einfach geguckt, dass es in der Szene gestreut wurde und dass eben alle die, die eben vor der Veröffentlichung reingerutscht sind zu den Erstunterzeichnenden gehören und ich glaube, wir haben auch noch mal, weil das immer wichtig ist, natürlich ein paar Promis relativ weit hochgestellt, weil ich denke, wenn man so ein Anliegen hat, ist es auch ganz gut, einfach mit Leuten vorne dran zu stehen, die jetzt schon sichtbar sind für das Medium Comic und dann sind einfach, glaube ich, nach Stand des Tages, also es wird immer mal aktualisiert, das steht ja dann hier vom 4.11., 5.11., 7.11. und wer eben dann an den Tagen dazugekommen ist, ist dann in den nächsten Block gerutscht. Sehr gut, okay, danke dafür die Erhellung, dass das keine Priorisierung ist, sondern letztlich einfach ein pragmatisches Sammeln gemessen. Ja, es ist pragmatisches Sammeln, aber wir haben natürlich schon gesagt, also dass wir so die Organisationen gerne, die eben unterzeichnet haben, nach oben bringen, weil das ist ja, es geht ja immer so um Gewichtung und eine Organisation hat natürlich gleich ein anderes Gewicht so und das haben wir schon versucht so zu priorisieren, allerdings jetzt nicht für uns, weil wir das so wichtig finden, sondern weil wir das Gefühl haben, dass es für die, die diesen Brief in die Hand kommen, also in die Hand bekommen, auch wenn es nur virtuell ist, dass das für die relevant ist, also nicht für uns unbedingt. Unser Gespräch nähert sich dem Ende und deswegen stelle ich mir natürlich auf jeden Fall noch die Frage, wie es jetzt eigentlich weitergeht, was ist eigentlich der große Wunsch? Erst nach Veröffentlichung dieses Briefes ist die Abbe-Koalition ja quasi zusammengebrochen und damit so ein bisschen, also enorm ins Schwanken geraten, Neuwahlen stehen im Raum und werden ja höchstwahrscheinlich auch kommen und wie sich die politische Situation im Land verändert, nicht nur auf Regionale, sondern eben auch auf Bundesebene, da gibt es schon verschiedene Spekulationen. Was wollt ihr eigentlich, was wären jetzt vielleicht konkrete für euch messbare Ziele für die nächsten Wochen? Was ist eigentlich, was erwartet ihr, kommt jetzt auf uns zu? Also wir haben heute die erste Einladung nach Berlin bekommen, also ein Gesprächsangebot von einer Politikerin im Bundestag und das wird jetzt diskutiert, ob wir das Angebot wahrnehmen und was dann da besprochen wird und ich denke, was ich eben gemeint habe, wir sind in einem Prozess einfach drin, von dem der Ausgang total unklar ist, aber wie viel schlimmer wäre es gewesen, es nicht gemacht zu haben. Also wir haben auch, während wir das formuliert haben, immer mal wieder so Momente gehabt, wo wir nicht weitergekommen sind oder wo keiner Zeit hatte und aber es hat uns immer weitergetrieben, dass sie gesagt haben, nee, das muss jetzt raus, das muss, also wir können, wir können das jetzt nicht fallen lassen und ich glaube, dass allein jetzt schon diese überwältigende Anzahl von Unterzeichnenden total die richtige Richtung zeigt, dass eben Leute uns sehen und dass eben Comic nicht nur mit Asterix und Obelix und so in Verbindung gebracht wird, sondern dass wir einfach für unsere Arbeit einstehen und ich glaube, dass das in jedem anderen Beruf genauso funktioniert, nur wir haben das bisher so nie getan. Dann danke ich dir, liebe Olivia, viel, 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 vielmals dafür, dass du dir Zeit genommen hast, nicht nur als Teil des Teams zur Erstellung des offenen Briefs, sondern eben heute auch hier Frage und Antwort zu stehen zu den Inhalten und zu den Gedankengängen, die ich jetzt persönlich hatte und garantiert auch viele andere Menschen da draußen zu dem, was sie, was gerade in der Comicszene los ist, es ist unheimlich viel Bewegung drin. Ich hatte schon verschiedene Aktionen auch genannt, die in den letzten Wochen und Monaten stattgefunden haben, von allen Seiten aus, auch von wirklich der Verlagslandschaft aus, wird gerade viel strukturelle Arbeit angedacht und begonnen, ganz viel in kleinen, wirklich in kleinen Gruppen mit quasi keinem Extrageld, keine Ressourcen, sowohl zeitlicher Natur als eben auch finanziell. Da wird wirklich ganz viel gerade an den Basics gearbeitet und ihr liebes Publikum, ich würde es gerne noch mal betonen, seid ihr herzlich eingeladen, euch, je nachdem, wie viel Zeit und Lust ihr habt, euch zu beteiligen und sei es einfach auch nur, dass ihr im kleinen Rahmen vielleicht versucht, auch mal die positiven Aspekte von Comics zu betonen und die Möglichkeiten, die wir jetzt hier in diesem Gespräch angerissen hatten, auch gern mal auf eurer, was auch immer, Party oder wo auch immer, mal zu, einfach zu droppen. Da steckt so viel drin, so viel auch wirklich, Hochkultur ist kein Kampfbegriff, ganz im Gegenteil, das ist, kann eine sehr komplexe Sache sein und ich freue mich für alle, die einen Comic in die Hand nehmen und lesen. Liebe Olivia, vielen, vielen lieben Dank. Ja, sehr gerne. Alle relevanten Links und natürlich auch noch mal den Link zur Petition genannten Geschichte, ich weiß gar nicht, wo der Unterschied zwischen offenen Brief und einer Petition liegt, keine Ahnung, man kann ihn aber unterzeichnen, also das wird es wohl dann zur Petition machen, findet ihr, wie immer, in den Shownotes, scrollt gerne mal nach unten, klickt auf spannende Links und unterzeichnet, wenn ihr das wollt, der wird ja irgendwann wieder geschlossen, kann man irgendwann nicht mehr unterzeichnen, gibt es eine Art Frist? Haben wir noch nicht besprochen, also ihr könnt fleißig weitermachen, bis es vorbei ist, aber das steht noch nicht fest. Alles klar, dann danke ich vielmals, bis zum nächsten Mal, ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit, ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des TeleStammfisch, betreiben ein semiprofessionelles Podcastprojekt zum Selbstmitmachen, also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcastplattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.